Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge, genau, zu einer weiteren Folge Banjo-Kazooie. In diesem Part versuchen wir vielleicht schon das Level abzuschließen. Uns fehlen nur noch drei Puzzle, eins durch Jinjos und diese zwei Ringe. Damit hätten wir dann tatsächlich komplett, oh Gott. Und ich sehe jetzt schon, dass ich fliegen muss, weil wir haben hier wieder diese Schneemänner und die hasse ich. Ah, und jetzt sind auch die Pflanzen hier kaputt. Na endlich. Na endlich. Kann ich da jetzt drauf, ohne dass mir was passiert? Ja. Da haben wir eine Flugplattform und da ist Mombos Haus. So, gibt es hier irgendwas? Ja, da ist der letzte Jinjo drauf. Ah. Nein. Komm, das geht. Ich will jetzt da nicht hochfliegen. Ich schaffe das auch ohne. So. Na geht doch. Und da haben wir ein weiteres Puzzleteil. So. Das nächste Puzzleteil sollten wir bei unserem Vogelfreund finden. Und dafür, ne, dafür fliege ich mal. Und schon haben wir gleich hier die Schnee mehr, ne? Na verdammt. Oh, unsere Pflanze ist kaputt. Ach, Mann, oh. Bam. Ah, da gibt es einen Totenschädel. Den hole ich mir doch. Als ob. Aber da gibt es nichts, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Jedenfalls holt ich mir den Totenschädel. Wofür ich ihn auch immer noch brauche. Aber hey. Oh, weiß ich nicht. Die Schnee-Eisdinger hebe ich mir mal auf. Falls ich nämlich Energie brauche, habe ich dann eine. Jetzt ist alles wie ausgestorben. Bamm. Bamm. Weg mit dir. Kann ich eigentlich unter... Ja, ich muss runterkommen. Na, schaut mal an. Ich könnte zum Maulwurf mal gucken. Das war doch ein Maulwurf, oder? Oder war das was anderes? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke da mal jetzt vorbei. Also so komme ich nicht rein. Ist da irgendwo ein Loch? Da war doch irgendwo eins, oder? Habe ich mir doch nicht eingebildet. Ja. Tauche ruhig in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Auf jeden Fall gibt es bestimmt dahinter was, oder? Nein. Ah, ich hätte es gehofft, da ist irgendwas. Naja gut, vielleicht schaffe ich es schnell noch da hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. So, diesmal hat es geklappt. Okay, ähm, da ist ein Ring. Ups, normalerweise bekomme ich im Winter keinen Besuch. Auch kein Ding. Ich wollte mir eigentlich nur den Ring schnappen, jetzt fehlt mir noch ein einziger Ring. Und ich bin kaum ein neues Leben dazu. Frage ist nur, wo dieser Ring ist, weil ich habe echt gar keine Ahnung, wo der sein könnte. Er ist auf jeden Fall nicht hier unterm Wasser, weil da waren wir ja gerade hier beim... Was war das jetzt? Das war ein Biber, oder? Ja, beim Biberfreund waren wir. Vielleicht finde ich die irgendwo da oben. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall muss ich nur schnell raus. Oh, Gott sei Dank. So. Oh, ein Totenkopf. Naja, wenigstens etwas. Aber sonst gibt es hier nichts, ne? Ich muss auch irgendwo noch Noten herkriegen. Ach, Moment. Ich war beim Mumbo noch gar nicht drin, ne? Da ist auch noch eine Pflanze. Warte mal. Na, die gibt uns eine Goldfeder. Na gut. Können wir auch brauchen. So. Gehe ich nochmal zum Mumbo, weil ich bin gar nicht reingegangen, ne? Vielleicht finde ich da noch ein paar Noten. So. Mumbo ist im Urlaub. Mumbo ist im... Ah, tatsächlich. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Na gut. Hier gibt es ein paar Federn. Das war es aber auch schon. So. Okay. Oh, das... Das Nest sieht gar nicht gut aus. Ist kaputt gegangen anscheinend. Ich will jetzt ran, ohne dass ich ansetzen muss, also absetzen muss. Aber dafür muss die Kamerasteuerung mitmachen. Na, bleib unten. Ja, ja, ja. Jawoll. Geschafft. Ich bin der Pro. Ich bin der Pro-Fee. Ich bin aber ein bisschen zu weit, weil da drüben waren ja noch so Äste. Da gab es doch auch immer mal wieder was. Zu finden. Ah, da sind Noten. Oh, ich höre ihn schreien. Unserer kleiner Freund. Ich komme doch schon. Zumindest bin ich auf dem Weg. Oh, den wollte ich jetzt eigentlich erwischen. Schade. Schade, Schokolade. Okay, da sind noch mehr Noten. Ich glaube, hier finden wir die restlichen. Da war noch ein Eismann. Ah, das ist das Grunty-Schild. Da ist noch einer. Das sind ganz schön viele. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Nein. Geh weg. Okay. Als ob. Als ob ich jetzt darunter gefallen bin. Na ja, jedenfalls gehen wir nochmal zurück. Da, 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 da. Na. Da ist auch noch eins. Da sind sogar zwei. Kann ich da hoch? Moment. Ah ja. Okay, dann spare ich mir ein bisschen Weg. Ich habe auch nicht mehr viele Federn halt, ne? Das ist auch ein Problem. Kann ich nicht nach oben anvisieren, dass ich nach oben fliege? Okay, das ist das Ding, ne? Von vorher. Aber ich erinnere mich an ein Fenster. Das Fenster ist recht weit oben gewesen. Nein, da will ich noch nicht hin. Ich muss da hin, wo das Eichhörnchen war. Okay, den habe ich erwischt. Was hat es eigentlich mit diesem... Ach so, hier kann ich auch ansetzen. Ne, das ist ja blöd. So, da wollte ich hin. Nein, ich habe fast keine Federn mehr. Genau, da will ich rein. Komm. Na, meinetwegen gehe auch da drauf. Dürfte auch gehen, oder? Puh, das wird eine Sache mit viel Genauigkeit. Ja, ja, komm, 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 komm. Geh rein, geh rein. Geh rein. Ja, komm. Nein. Als ob. Komm, jetzt gehen wir zum Eichhörnchen. Oh, ich sehe gerade. Ich habe aus Versehen wieder klein gehabt. Oh. Der hat eine Freundin. Selbst dieses Eichhörnchen hat eine Freundin. Okay, da gibt es auf jeden Fall ein paar Federn. Das ist eine gute Erleichterung. Ich meine, ich habe ja das Fenster schon mal offen. Ich hoffe, da wird es auch ein Puzzle drin geben. Und dann... Oder zumindest... Naja, das ist jetzt blöd. Puzzle und diesen Ring brauche ich. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte schon, ich fahre runter. Achso, das ist... Hä, ich dachte, das wäre jetzt eingefroren. Stimmt, ich hätte sogar, glaube ich, abschießen können, ne? Ähm, okay, hier gibt es nichts. Es könnte natürlich auch sein, dass ganz oben im Baumwipfel, wo wir schon ein paar Mal waren, wo immer ein Leben zu finden war, dass genau dort... Naja. Ein Ring ist. Danke. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, meine Nase juckt gerade voll. Weg mit dir. Oh. Nimm mal dieses Kokain. Das juckt dir in der Nase. So, jetzt aber. Ah? Ah, das schaut mir doch gut aus. Ach, das ist der Eichelvorrat. Ey, was macht ihr denn hier? Na, kommt her. Okay, hier ist auf jeden Fall der letzte Ring. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich auch alle Ringe habe, ne? Hat es irgendwas auf sich mit dieser einen Eichel da? Es ist schade, dass man noch nicht so anvisieren kann. Also, man kann ja nur so machen. Aber im nächsten Teil, also der richtigen Fortsetzung, Benjotui, kann man dann zielen. Das ist natürlich ziemlich cool. So, okay. Es gibt noch zwei Puzzleteile. Ne? Habe ich recht? Genau. Sonst, ähm, gibt es noch ein paar Noten. Und ich überlege gerade, um was ich mich zuerst kümmere. Ich würde gerne erst die Noten holen, um dann am Ende... Oh Gott. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich sterbe dadurch. Oh Gott. Das war knapp. Aber schaden tut es nicht, denn ich muss ja eh nochmal einen Großteil des Weges nochmal neu laufen. Dennoch fehlt mir ein Puzzle. Ich überlege gerade. Gibt es irgendwo einen speziellen Durchgang, wo ich noch nicht langgegangen bin? Also, ein Puzzle kriege ich ganz klar durch den Vogel, ne? Das, bevor ihr euch das in die Kommentare spammt oder so, das kriege ich durch den Adler. Aber eins fehlt mir da noch. Ich habe das mit den Bienen gemacht. Ich habe das mit dem Vogel jetzt dann gemacht. Ich war in dem Haus. Ich war in dem Unterschlupf. Eigentlich fehlt mir nichts mehr. Hast du vielleicht ein bisschen Verstand? Ne. Eigentlich fehlt mir nichts mehr. Vielleicht kommt es ja erst. Vielleicht ist es doch ganz oben am Baumwipfel. Oder ist es irgendwas Spezielles? Ich hoffe, ich muss nicht googeln. Nicht beim letzten Puzzleteil eigentlich. Also, es ist wirklich das letzte Puzzleteil, das ich groß kriegen kann. Klar, es gibt noch die Dinger da, dann die, ne? Dieses eine draußen, aber so richtig. Ich muss da hoch, ne? Fällt mir gerade ein. Okay. Ich komme da gar nicht mehr rein, ha? Oder komme ich von unten rein? Moment. Nö. Man kommt nicht mehr hin. Schade. Oh Gott. Kamera. Bitte, bitte, bitte. Ich speichere mal. So. Boah. Ist das eklig. Diese Kamera, ne? Sobald irgendwas im Weg steht, geht gar nichts mehr. Ach, das Grumpy-Schalter noch. Ah, den hole ich mir später. Ich darf hier nicht vergessen. Grumpy-Schalter, Grumpy-Schalter. Schön im Kopf bleiben. So. Jetzt hole ich mir hier nochmal eben ein paar Noten. Und ein Leben. Das bringt uns leider nichts. Ich hoffe noch mehr als genug. Gibt es denn noch Noten? Irgendwann habe ich doch welche gesehen. War das beim Vogel? Ich glaube schon. Ach da, bei den Ästen war... Oh, okay. Das ist jetzt blöd. Ups. Fast übergeflogen. Hey, Buddy. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Ein ganzer Mann. Ich wollte nur den Reim beenden, deswegen. Ich habe eine Belohnung. Für dich, mein Freund. Hier ist sie. Oh, danke. Darüber freue ich mich doch. Damit haben wir neun. So, es fehlt ein einziges Puzzleteil. Das ist tatsächlich das Letzte, was mir fehlt. Bevor es eigentlich... Nein. Nein. Oh, ich dachte schon, ich falle jetzt den kompletten Weg runter. Moment. Wenn ich jetzt schon wieder hier bin, dann kann ich wenigstens die Äste entlang laufen und mir Noten holen. Genau, hier waren noch ein paar. So, hier. Da gibt es noch ein paar goldene Federn, aber die hole ich mir. Ah. Danke, Kamera. Danke. Du bist wie immer. Toll. So, ich habe vier Federn. Sollte ich weise verwenden, um wieder hochzukommen? Das ist manchmal so eklig mit der Steuerung, weil plötzlich die Kamera einfach umschwenkt. Ihr müsst das unbedingt mal selber spielen, dann versteht ihr meinen Schmerz. Na gut. War da eigentlich noch was drauf? Auf dem Binnen-Ding? Nee. Als ob. Mensch, mir fehlt doch fast gar nichts mehr. Sechs Noten. Ich denke, die werde ich da oben schon noch irgendwie finden. Und ein Puzzleteil. Kann doch nicht so schwer sein. Und dieser eine Schalter, den muss ich noch drücken. Das darf ich nicht vergessen. So. Habe ich das jetzt geholt? Was mache ich hier eigentlich? Oh Mann. So, mir fehlt jetzt immer noch ein Puzzleteilchen. Vielleicht muss ich doch als Biene irgendwas machen. Aber was könnte ich als Biene machen? Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Ich glaube, ich kann damit nichts machen. Oder? Mann. Dieser Part wird sich, glaube ich, sehr lange ziehen, weil ich einfach versuche, da hochzukommen und immer wieder runterfall. Aber es gibt ja genug Honigteiler hier. Na gut. Ich habe da alle Noten gesammelt. Mann. Warum mache ich das auch so blöd? Warum gehe ich nicht einfach normal hoch? Wie jeder andere normale Mensch. Jetzt bin ich den längeren Weg auch noch gegangen, ne? Das macht mir selbst echt nicht leicht. Also wirklich. So. Jetzt gehe ich so hoch, wie ich sonst auch hochgehe und mache keine extra speziellen Sprünge und hier und das und das. So. Also. Normal. Ich meine, der Schnee verlangsamt einen zwar ein bisschen und schlittert ein bisschen, aber das hält mich nicht auf. Zumindest soll es mich nicht aufhalten. So. Das ist der Grunti-Schalter. Den hole ich später. Kamera. Nervt mich nicht. So, da bin ich ja schon gewesen. Also, da war ich schon. Ich hatte aber auch ein Pech. Ich habe genau dieses Zwischendinge bei den Treppen da erwischt. Also hier dazwischen. Genau da bin ich gelandet. So was passiert auch nur mir, ne? Als ob. Okay. Wir tun einfach mal so, als hätte das nie existiert. Nicht, dass das nochmal passiert wäre. Nein, nein, nein. Das habt ihr euch noch eingebildet, Leute. So. Noch drei Notenteile fehlen uns. Kriegen wir sie da drin? Ich glaube nicht. Aber gucken wir mal. Gibt es nichts drin, ne? Was habe ich eigentlich... Ach, hier habe ich ein Puzzleteil bekommen, ne? Na gut, dann werde ich kommen. Das werde ich auch mal nochmal bekommen. So was, was was doppelt gibt, das gab es nur einmal mit diesen Rennen. Aber da war es ja auch verschieden. Im Endeffekt. Okay. Also. Mir fehlt ein Puzzleteil. Und drei Noten. Ich würde raten, diese zwei Sachen fehlen an der gleichen Stelle. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zum Grunty-Schalter, drücke diesen und dann, wisst ihr was, dann google ich. Ja, ich mach's. Ich mach's wirklich. Das ist kein Joke. Ich trau mich diese Herausforderung. Nein, weil ich hab irgendwann auch keinen Bock mehr und... Ich will diesen einen Schalter drücken. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Mehr will ich doch gar nicht mehr. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo der Schalter war. Aber ich finde ihn schon noch. Ich werde ihn wieder finden. Und ich werde ihn vernichten. Ach, da ist er. Na, schau mal her. Da komm ich nur noch so hin, ne? So, und das kommt wahrscheinlich jetzt auf dem Ding drauf, ne? Genau. Und genau für dieses einzige Ding brauch ich die Biene. Weil da komm ich nur als Biene hin. Also, ich muss ja irgendwie hinfliegen. Und das ist so richtig dumm. Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich versuche jetzt herauszufinden, wo dieses Puzzleteil und die letzten drei Notenschüssel liegen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part, Leute. Also bis bald. Und tschüss. Tschüss.